Ihr Zyklus ist unregelmäßig? Haben Sie vielleicht vermehrt Stress im privaten Umfeld oder auch in der Arbeit? Das könnte doch die Erklärung sein. Kennt ihr diese grundsätzliche Argumentation bei der Frauenärztin, dass Stress erstmal abgefragt wird, wenn es um Zyklusunregelmäßigkeiten geht? Ist da überhaupt was dran? Kann Stress wirklich den weiblichen Zyklus beeinflussen? Das klären wir in diesem Video. Stress als grundsätzliche Argumentation, als Stresskeule, wie sie oft benannt wird, als Grundsatz- oder Totschlagargument, das gibt es schon seit Jahrzehnten. Nicht nur, was unsere Gesundheit betrifft. Stress ist nicht gut, wissen wir alle, aber hat es wirklich auch Auswirkungen auf den weiblichen Zyklus und vor allen Dingen, wenn ja, wie funktioniert das Ganze? Und um diese ganze Thematik zu verstehen, müssen wir erstmal gucken, was ist Stress eigentlich? Stress ist eine körperliche Reaktion auf Lebensumstände, auf Drucksituationen, auf Veränderungen, die über das Maß hinausgehen, was wir Gewohnheiten nennen zum Beispiel. Stress kann aber auch entstehen psychischer Natur, psychischer Stress. Es gibt aber auch körperlichen Stress und entsprechend so sind auch die Auswirkungen. Sie sind sehr individuell. Die einen reagieren psychisch auf Stress, die anderen physisch, halt körperlich. Vielleicht kennt ihr das. Ihr könnt schlecht schlafen, seid unruhig. Ihr habt zittrige Hände, schwitzige Hände. Ihr nehmt Gewicht ab, ohne dass ihr weniger esst oder sowas. Das alles kann eben Stress auslösen, beziehungsweise das Stresshormon Cortison. Das haben viele schon mal gehört. Cortison ist ja das Stresshormon. Wie das irgendwie Einfluss haben könnte auf die weiblichen Hormone, erkläre ich gleich. Wird ein bisschen biochemisch, aber ich versuche es verständlich zu machen. Wir haben in unserem Zwischenhirn zwei Areale, die sehr nah beieinander liegen. Das eine Areal löst ein Releasinghormon aus, was dann diesen Cortisonkreislauf in Schwung bringt. Das nächste Areal löst auch ein Releasinghormon aus, was die weiblichen Hormone hochkochen lässt. Und diese beiden liegen sehr, sehr eng beieinander. Das eine Releasinghormon ist CRH, das Corticotropin-Releasinghormon. Das ist der eine Nachbar. Der andere Nachbar ist GNRH, das Gonatropin-Releasinghormon. Und die beiden funktionieren im Alltag wunderbar zusammen. Die einen machen davon ein bisschen Hormone, die anderen eine Prise hiervon. Funktioniert alles super. Wenn aber dieser CRH, dieser Cortison-Regelkreislauf, überhand nimmt, dann beeinflusst er den GNRH-Regelkreislauf mit den weiblichen Hormonen. So, um euch vollends zu verwirren, hier eine Grafik, die zeigt die Entstehung von Cortisol und den weiblichen und männlichen Sexualhormonen. Und ja, das sieht alles ganz schön ähnlich aus. Und das ist eben auch der Grundgedanke. Denn Cortisol und auch die weiblichen Sexualhormone haben dasselbe Gerüst. Es wird nur etwas angebaut. Und jetzt kommt der große Faktor. Ihr seht oben links das Wort Progesteron. Das ist ja das Gelbkörperhormon und spielt einen wesentlichen Einfluss im weiblichen Zyklus. Wenn jetzt vermehrt Stress da ist, wird vermehrt Cortisol benötigt. Dann schnappt sich der Körper also einfach das Progesteron als Baustein für das Cortisol. Es wird also dem weiblichen Zyklus einfach weggenommen, abgezwackt. Und das Wort Gelbkörperhormonschwäche habt ihr ja vielleicht auch schon mal gehört. Das macht Unregelmäßigkeiten im Zyklus. Das ist ganz einfach zu erklären. Und da gehe ich immer wieder zurück in die Vergangenheit, wo wir noch im Wald gelebt haben. Und es war eine Horde, was weiß ich, Wölfe hinter uns her. Dann kommt nämlich Cortison ins Spiel. Cortisol als Stresshormon hat ganz mannigfaltige Auswirkungen auf unseren Körper. Das Cortison mobilisiert all unsere Energiereserven an unserer Leber, an unserem Fettgewebe. Wird ganz viel Fettgewebe mobilisiert. Zucker wird gewonnen, dass unser Hirn, unsere Muskeln gut versorgt sind mit Energie. Denn wir wollen ja jetzt abhauen vor der Horde Wölfe zum Beispiel. Dabei ist natürlich alles erstmal wichtiger. Das Überleben ist wichtiger als jetzt zum Beispiel auch der weibliche Zyklus. Denn wenn ich von einer Horde Wölfe weglaufe, möchte ich mich nicht unbedingt reproduzieren und Nachkommen schaffen in der Situation. Also wird dieser Regelkreislauf runtergefahren. Und so ist es nicht mehr mit der Horde Wölfe, außer man hat vielleicht ein paar Chefinnen und Chefs, die sich entsprechend verhalten. Aber so ist es heute auch mit Stress. Wir haben weiterhin das Cortison, was mannigfaltige Auswirkungen auf viele Organe hat. Zum Beispiel auch die Nebennierenrinde. Dieser GnH-Regelkreislauf hat auch Auswirkungen auf die Nebennierenrinde. Cortison löst zum Beispiel auch Prolaktin vermehrt aus. Prolaktin kennt viele Stillende als Stillhormon. Während man stillt, hat man sehr, sehr selten einen regelmäßigen Zyklus. Liegt auch an diesem Hormon. Und in tierexperimentellen Studien wurde auch bewiesen, dass das sich gegenseitig wahnsinnig beeinflusst. Es wurde zum Beispiel Schafen, dieses CRH, appliziert in niedrigen Dosierungen. Und es wurde geschaut, was machen die weiblichen Hormone in diesen armen Schafen. Und siehe da, die weiblichen Hormone geraten durcheinander. Das muss nicht unbedingt weniger sein, sondern es wird einfach so ein bisschen eingefroren. Und wenn der weibliche Zyklus eingefroren ist, dann passiert dieser Regelkreislauf eben nicht. Schleimhaut baut sich auf, wird abgestoßen durch einen Hormonabfall. Auch der Eisprung wird vielleicht gar nicht ausgelöst. Und schon hat die Frau gar keine Periode. Oder sie ist komplett verschoben, weil alles ein bisschen langsamer abläuft. Und das nennt man dann unregelmäßige Zyklen. Unterm Strich hat Stress, ungesunder Stress vor allen Dingen, durchaus Auswirkungen auf den weiblichen Zyklus. Und deswegen ist es auch eine ganz, ganz wichtige Frage deiner Gynäkologin, nach Stress zu fragen, wenn es um Zyklusunregelmäßigkeiten geht. Nein, es ist nicht immer Stress die Ursache. Man muss andere Dinge ausschließen. Aber wenn dieser Faktor dazu kommt und man sagt, ja, ich habe die Arbeitsstelle gewechselt und da ist es gerade ein bisschen schwierig, dann kann man das als Argumentation unglaublich gut gelten machen. Die Therapie, die kennen wir alle, wir sollen irgendwie Stress reduzieren, ist nicht immer leicht im Alltag, aber das kann wahnsinnig viel bewirken. Wenn du eine Geschichte hast, wo du sagst, ja, bei mir war das ähnlich, ich habe Stress reduziert mit den und den Mitteln, wäre ja auch mal nett zu wissen. Und dann wurde es besser, schreib es mir bitte unten in die Kommentare, interessiert mich auch extremst. In diesem Sinne, ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen und verstehst jetzt die Fragen von uns GynäkologInnen, warum wir unbedingt immer nach diesem Stress fragen, denn ja, es ist tatsächlich etwas dran. Ich wünsche euch einen wunderschönen, stressfreien Tag, wir sehen uns im nächsten Video wieder, viel Spaß bis dahin und macht's gut!